Hallo ihr Lieben, willkommen bei einem neuen Kurs von Frogs and Follicks. Hier werde ich euch zeigen, wie man das Jellybean Sweatshirt näht und ich hoffe, dass euch das richtig viel Spaß machen wird. Wir haben hier einen ganz tollen Verschluss, ist einfach nur ein angeschnittener Besatz und eine Knopfleiste, die dadurch entsteht. Ich habe hier Cam Snaps benutzt. Cam Snaps sind für alle Anfänger immer eine gute Methode und es ist auch nicht so schwierig, dieses hier einzuarbeiten. Die Schwierigkeit war für mich, das Schnittmuster für euch zu zeichnen und das Nähen ist eigentlich gar nicht so schwer. Und ich zeige euch das hier einmal auf YouTube und wenn ihr dann richtig Geschmack darauf bekommen habt, dann könnt ihr natürlich auf den Kurs euch eintragen auf academy.frogsandfollicks.com oder frogsandfollicks.com und ich trage dich dann in die Academy ein. In der Academy ist es nur so, dass du nur mit Paypal bezahlen kannst. Also wem das nicht so recht ist, der kann das dann auf frogsandfollicks.com machen und dann trage ich dich ein. Dann kann es auch sofort losgehen. In der Regel ist das ziemlich schnell, aber wie ihr vielleicht wisst, ich lebe in L.A. Also wenn ich schlafe, seid ihr wach und bei meinen deutschen Kunden dauert es dann manchmal ein paar Stunden länger. Wenn ich natürlich am Schreibtisch sitze, dann ist das umgehend getan. Und dieses kleine Sweatshirt kommt auch mit einer Jogginghose. Die gibt es ja mittlerweile auch schon. Hier haben wir ein bisschen Knopflöcher eingearbeitet, hat ganz tolle Taschen, Zwickel und so. Brauche ich nicht weiter zu erklären. Ist also eine ganz tolle Jogginghose oder Pumphose, wie man in Deutschland habe ich mir sagen lassen, lieber sagt. Und hier bei unserem Sweatshirt, da haben wir die Möglichkeit, entweder einen Hi-Lo Saum anzubringen oder wir können einfach hier den ganz stinknormalen Saum annähen. Und ich würde euch dann empfehlen, für die Stoffauswahl einen festeren Sweatstoff, wenn ihr den finden könnt, auszusuchen oder auch einen festeren einfachen Strick, ein Jersey, geht alles. Aber für euren Halsausschnitt würde ich entweder Interlock nehmen mit ein bisschen Lycra oder Elastan drin oder eben ein Rippenstrick, glaube ich heißt es auf Deutsch. Der passt dann auch ganz gut. So, das war es dann eigentlich auch schon. Ganz schnell noch eine Anmerkung zu meinen Schnittmustern, falls du hier zum ersten Mal vorbeiguckst bei diesem Video. Meine Schnittmuster haben für jede Größe ein einzelnes Dokument. Du kriegst natürlich alle Größen. Ich werde das immer wieder gefragt, kriege ich denn alle Größen? Na klar, kriegst du alle Größen. Also du hast dann neun Dateien und für jede Größe eine Datei. Das heißt natürlich, dass ich wesentlich besser das Ganze auf dem Papier arrangieren kann, sodass du dann weniger Papierverbrauch hast. Es ist auch wesentlich einfacher zusammenzusetzen auf kleinstem Raum. Du musst also hier nicht viel Platz haben und dann am Ende passt nichts zusammen. Weil wir jedes Teil einzeln zusammensetzen, hast du dann auch nicht das, was du ja oft hast, wenn du ausdruckst und hast so ein großes Papier. Und das dann dadurch, dass der Drucker vielleicht das Papier war nicht ganz gerade drin und dann passt es nicht ganz zusammen und es ist echt nervig. Das hast du bei meinen natürlich nicht. Alle die Infos sind entweder hier unter dem Infobutton. Da kannst du oben anklicken oder in der Infobox natürlich und dir dann diese Schnittmuster auch besorgen. Und der Kurs ist natürlich wesentlich detaillierter und hat auch Sachen drin, die du natürlich hier nicht bekommst. Aber ich denke für alle, die normal reinschnuppern wollen, ist das eine tolle Sache. Also dann wollen wir anfangen mit unserem Sweatshirt. Für mein Beispiel habe ich einen ganz schön bedruckten Jersey mir ausgesucht und für die Bündchen einen gelben Interlock. Und dann haben wir natürlich hier das tolle Hilo Bündchen in der Methode, die ich euch hier zeigen möchte, damit es schön flach wird. Und natürlich haben wir die tollen Camp Snaps hier oben. Meine sind in diesem Fall orange. Hier ist schon alles zugeschnitten und mein gelber Interlock hat ein bisschen Elastan da drin. Dadurch springt er gut zurück und ist sehr geeignet. Den nehme ich für alle Bündchen und auch für den Halsausschnitt. Für die Ärmel habe ich einen Rippenstrick genommen und der ist nicht so gut zurückgesprungen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, ich nehme die für die Ärmel, für die Bündchen hätte es jetzt nicht gereicht. Dann brauchst du ein bisschen Flisseline für die Stabilisierung der Knopfleiste. Und dann haben wir hier ein schönes Garn zum Absteppen vom Gütermann in diesem Fall in gelb. Und jetzt werden wir als erstes mal die Streifen noch schneiden, die wir brauchen zur Stabilisierung unserer Knopfleiste. Und dann kann es endlich losgehen. Wir fangen an, indem wir erstmal diese Flisseline auf die Stoffunterseite im Bereich der Knopfleiste aufbügeln. Das mache ich auf dem Ärmel und auch auf dem Vorderteil. Und dann muss ich diese Kante, wo ich aufgebügelt habe, abketteln beidseitig. Jetzt arbeiten wir den Rackleinärmel ein und du kannst natürlich dir das Vorderteil markieren, damit du weißt, aha, das gehört aufeinander. Das wird dann zusammengenäht mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Und hier, wo wir die Knopfleiste einnähen, da nähen wir nur einen Zentimeter höher als unsere Knopfleiste. Du kannst dir das gerne auch markieren. Jetzt muss ich noch das Rückenteil an die Ärmel anstecken und das war es dann auch schon. Wir können rübergehen an unsere Nähmaschine und das Ganze zusammennähen mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter. Und im Anschluss wird dann das Ganze abgekettelt. Und jetzt wollen wir nochmal an dieser Stelle, wo ich die Knopfleiste habe, uns das genau angucken. Erstmal vor und zurück, natürlich gut verriegeln und dann hier bis zum Ende nähen. Jetzt wird das Ganze abgekettelt und wird sehr interessant. Und zwar kommen wir hier an die Knopfleiste. Die wird so umgefaltet, das sind hier zweieinhalb Zentimeter, dass wir noch die Kettelnaht sehen können von dem Vorderteil. Und dann wird das Ganze einfach nur abgekettelt. Das ist also ganz simpel, nur man muss diese Kettelnaht noch sehen können, sonst hat man nachher mit dem Absteppen ein bisschen Schwierigkeiten. Dann wird die Naht in das Vorderteil gebügelt und ich kann jetzt auch meine Knopfleiste auch schon mal gut durchbügeln. Und dann sitzt das schon mal, wo es sitzen muss. Das macht dann etwas einfacher. Und jetzt kann ich meine Nähte absteppen und zwar steppe ich die auf dem Vorderteil bzw. Rückenteil. Aber du musst dort, wo ich die Knopfleiste eingearbeitet habe, das Ganze erstmal stehen lassen. Das machen wir später. Jetzt wird der Halsausschnitt gemacht. Und zwar wird dazu das Streifenband erstmal an der kurzen Seite geschlossen, die Nahtzugaben zurückgeschnitten. Dann wird der Streifenband längs auf die Hälfte gebügelt und dann können wir es in den Halsausschnitt einsetzen. Und da machen wir das wie immer eigentlich, dass wir uns die Mitte von unserem Streifenband markieren. Und dann wollen wir uns außerdem die Mitte von dem Halsausschnitt markieren. Das ist also die gegenüberliegende Seite von der Stelle, wo ich halt die Knopfleiste habe. Und die zwei müssen dann aufeinander liegen. Und den Anfang und das Ende von meinem Streifenband setze ich an die Bügelfalte der Knopfleiste an. Und dann wird es gleichmäßig Arme rundherum angesteckt. Und ich dehne das dann einfach. Man könnte es auch vierteln nochmal, wenn man möchte. Ich habe es jetzt hier nicht gemacht. Es ist auch jetzt nicht so wahnsinnig viel, was ich einhalten muss. Hauptsache es ist jetzt gleichmäßig angesteckt. Das musst du selbst wissen. Und dann wird das angenäht. Und im Anschluss wird dann der Besatz umgeschlagen und nochmal angenäht. Wenn man das gleich in einem macht, hat man mit großer Sicherheit eine Nase drin. Also erst ansteppen. Das ist der Trick dabei. Und dann das Ganze schön eng umfalten und dann nochmal absteppen. Also ran an die Nähmaschine. Hier nähe ich nur füßchenbreit. Und zwar aus dem Grund, damit das mit den Kamp-Snaps gut klappt. Eigentlich wollte ich diesen Streifen etwas schmaler haben. Aber da ich Kamp-Snaps nehme und die sind ein bisschen breiter. Da ist es ganz wichtig, dass man jetzt hier ein füßchenbreit absteppt. Dann passt das wunderbar. Jetzt wird der Besatz eingeschlagen. Und zwar richtig eng, sodass das gut innen liegt hier. Mein Streifenband. Und hier keine Nase entsteht. Also nehme ich mir jetzt eine Stecknadel. Die wird vertikal zur Naht eingesteckt. Und dann nähe ich von der Seite, wo ich meine Nahtlinie sehen kann. Und steppe direkt auf dieser Nahtlinie noch einmal. Dadurch kriege ich das dann perfekt hin. Und es ist also wirklich ganz simpel. Siehste? Jetzt gucken wir uns das mal schnell an. Wenn denn? Wunderbar. Sieht toll aus, ne? Das ist super simpel. Auf beiden Seiten macht man das. Und dann wird das abgekettet. Und beim Ketteln schneide ich auch mal ein bisschen ab. Ein bisschen weniger Naht macht das Ganze dann ein bisschen schöner. Du könntest dann im Anschluss auch diese Naht absteppen, wenn du möchtest. Ich habe es hier nicht gemacht. Aber ich habe mir sagen lassen von anderen, dass das doch ganz toll aussieht. Und warum ich das nicht gemacht habe. Also bitte absteppen, wenn ihr das gerne möchtet. An dieser Stelle, ne? Auf dem Sweatshirt. Ich bügel jetzt mein Streifenband schön ein, bis es ganz ganz flach liegt. Je mehr Baumwolle du in deinem Gewebe hast, je einfacher ist das. Und als nächstes können wir jetzt auch an dieser Stelle absteppen. Und dadurch, dass wir diese Kettelnaht haben stehen lassen, ist es wesentlich einfacher, das Ganze jetzt so abzusteppen, ohne dass man dafür immer Tenten machen muss, ne? Also wir nähen jetzt bis zu dem Punkt, wo unsere Knopfleiste, unser Besatz anfängt. Da habe ich mir hier eine Nadel reingesteckt, vertikal zur Naht. Die mache ich natürlich raus. Dann mit der Nadel im Stoff das Ganze wenden. Und du nähst jetzt so weit, dass deine Nadel in dieser Kettelnaht sitzt, die ja etwas breiter heraussteht, ne? Und so hast du dann natürlich nichts mitgefasst, ne? Das ist der Clou da dran. So. Jetzt wird das gewendet. Und ich habe es hier ganz weggezogen. Kann man natürlich auch machen, wenn man ein bisschen Angst hat. Geht alles. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Dann bis oben hin nähen. Gut verriegeln. Und in diesem Fall habe ich jetzt nochmal darüber genäht. Ich wollte mal sehen, wie es aussieht mit einer zweiten Naht. Aber das ist wirklich nicht notwendig. Und deshalb lassen wir das jetzt hier weg. So. Als nächstes machen wir jetzt die Cum Snubs. Und zwar wird der Cum Snub entweder angezeichnet oder hier einfach eingedrückt. So wie ich das hier mache. Und dann habe ich meine Aale. Und an dieser Stelle geht die durch alle Lagen durch. Ist eigentlich immer dasselbe. Kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Besonders wenn ihr mehrere meiner Videos schon angeguckt habt. Und bei Cum Snubs ist es so. Du hast zwei Cum Snubs mit einer flachen Seite. Und dann ein Cum Snub mit einem wulstigen Rand. Und einen mit einem scharfen Rand. Und das ist der Socket und der Stud. Und in diesem Fall wird jetzt erstmal die flache Seite von der Unterseite aufgesetzt. Und der kleine Zacken wird durchgeschoben. Und auf der anderen Seite wird dann der Socket aufgesetzt. Das ist das Teil mit dem wulstigen Rand. Und dann nehme ich mir meine Zange. Setze das ein. Und drücke das Ganze zusammen. Ist also ganz einfach. So anfängerfreundlich. Und wer jetzt wirklich eine Maschine hat, die nicht so gut ist. Ist viel besser als Knopflöcher. Da kann man echt nichts verkehrt machen. Jetzt nehme ich die Aale ganz raus. Hol mir einen anderen Cum Snub mit der flachen Seite. Und Zacken wieder durchdrücken. Und dann auf der anderen Seite wird diesmal der Stud aufgesetzt. Das ist das Teil mit der scharfen Kante. Und auch wieder zusammendrücken. Dadurch wird dann der Zacken platt gedrückt. Und das Ganze gehört zusammen. Und jetzt mache ich das Ganze für die anderen zwei auch noch. Das muss man auch nicht groß ausmessen. Also selbe Methode. Und schon sind wir damit fertig. Als nächstes wird jetzt die Seitennaht geschlossen. Das machen wir in einem. Also das ganze Teil wenden. Und dann wird die Unterarmnaht aufeinander gelegt. Und vielleicht gesteckt. Aber eigentlich braucht man hier gar nichts stecken. Und ich mache das jetzt nur für euch. Und dann nähen wir das in einem zusammen. Also mit einem Zentimeter Nahtzugabe wieder. Wer jetzt natürlich eine tolle Kettelmaschine hat. Die richtig gut näht. Und Kettels zur selben Zeit. Der kann das auch in einem machen. Das ist also gar kein Problem. Ich fand es hier schöner das getrennt zu machen. Und hier muss man aufpassen, dass nichts umfaltet. Und ich nähe bis zum Ende. Das mache ich natürlich auf beiden Seiten. Und dann wird das Ganze abgekettelt. Und das war es auch schon. Das sind die Seitennähte. Sie sind geschlossen. Was muss ich dann wohl machen? Dann wird es natürlich schön gebügelt. Und da gibt es eine Anmerkung. Man bügelt immer zur rückwärtigen Mitte. Als nächstes machen wir jetzt unser tolles Saumband. Das hat zwei Vorderteile, zwei Rückenteile. Und die werden jeweils zusammengenäht. So dass ich zwei. Also die Seitennähte schließen. Ich kann auch gleich meine Bündchen fürs Ärmelchen machen. Damit ich das gleich in einem gemacht habe. Zusammennähen. Das zeige ich euch jetzt nicht. Hier soll ja nur ein kurzer Durchlauf sein. Und durch Geschmack machen auf den Kurs. Das ist nämlich echt toll. Ich finde das habe ich ganz gut gemacht. Und jetzt wird hier das Ganze auseinander gebügelt. Nebeneinander. Und dann können wir die Bündchen erstmal weglegen. Und das Saumband machen wir jetzt als allererstes. Jetzt wird eins der Saumbänder auf rechts gezogen. Und dann stecken wir das einfach in das andere Saumband hinein. Naht auf Naht natürlich. Und dann wird das Ganze zusammengenäht. Und hier jawoll. Und zwar musst du hier aufpassen natürlich, dass du die Seite zusammennähst, die die schöne Kurve drin hat. Nicht? Damit du das nicht oben zusammennähst. Das wollen wir nicht. Also rundherum zusammennähen. 1 cm Nahtzugabe. Oder füßchenbreit ist hier Jacke wie Hose. Nähte zurückschneiden. Und dann kannst du die Nähte auseinander bügeln. Du kannst es natürlich auch so machen, dass du die Nahtzugabe auf die Seite, die für dich das Futter ist, aufsteppst. Allerdings, und das ist mir bei meinem roten Sweatshirt passiert, habe ich das dann verkehrt angenäht. Das war dann gar nicht witzig. Dann musste ich alles wieder aufmachen. Also, ich würde sagen, bügel einfach die Nähte auseinander und dann steckst du einfach dein Sweatshirt dort hinein, rechts auf rechts, Naht auf Naht. Also jetzt hier unten zusammennähen. 1 cm Nahtzugabe und die Oberkante wird einfach abgekettet. Du kannst das hier auch füßchenbreit wieder zusammennähen. Das macht eigentlich jetzt keinen Unterschied. Und dann wird das hier oben abgekettet. Und jetzt wird die Kettelnaht einfach aufgelegt, da wo ich es schön auseinander gebügelt habe. Und rundherum angesteckt. Nadeln vertikal zur Naht. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich habe die trotzdem beim Nähen rausgezogen. Und ich steppe jetzt einmal oberhalb und einmal unterhalb der Naht. Und die Nahtlänge sollte auch schön lang sein. Also so dreieinhalb oder vier sogar. Und ich ziehe jetzt hier die Nadeln raus. Warum? Weil wenn ich drüber nähe und ich habe einen dicken Faden, ist es leicht so, dass du auf der Stoppunterseite Schlaufen hast. Und das möchte ich gerne vermeiden. Also wunderbar. Toll geworden. Einmal gut gebügelt. Und schon sind wir fast am Ende. Jetzt müssen wir noch die Bündchen machen. Und dazu werden die Bündchen jetzt auf die Hälfte gefaltet. Und dann kann ich die Kante schnell einbügeln. Einmal kurz Bügeleisen rauf, ein bisschen Dampf. Und es ist am einfachsten, wenn man sein Sweatshirt jetzt auf links zieht und dann das Bündchen reinsteckt. Das Bündchen sollte immer innen liegen. Das macht das Nähen viel, viel einfacher. Naht auf Naht stecken. Und dann einfach ziehen, sodass es ran passt. Man braucht da nicht groß vierteln. Man kann natürlich vierteln. Aber ich bin eigentlich eher eine faule Socke, was das angeht. Solange man es ordentlich macht, ist es doch in Ordnung. Einmal rundherum annähen. Jetzt ist es so, dass ich das von innen nähen kann. Daher haben wir das Sweatshirt auf links gezogen und das Bündchen reingesteckt. Ist nämlich viel, viel einfacher. Und ich habe da schon Sachen gesehen. Ich sag euch. Also dann abketzeln. Gut aufpassen. Sicher gehen, dass man da kein Nädelchen drin gelassen hat irgendwie. Denn man möchte sicher das Messer nicht polieren. Als allerletztes bügeln wir jetzt nochmal ganz schnell das Bündchen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann bald wieder für ein neues Projekt hier auf YouTube. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich sehe euch jetzt mal ne. Ich sehe euch staffing. Das war's. Ich sehe euch meine giailt nicht schon gerne, mit derad tangent. Untertitelung des ZDF, 2020